Hallöchen! Ja, so wie ihr schon im Thumbnail gesehen habt, habe ich heute ein Paket für euch und im Titel könnt ihr es auch lesen. Die Packung des Box ist bei mir eingetroffen. Ich habe sie das erste Mal bestellt und ich bin riesig gespannt und darf sie jetzt auspacken, zusammen mit euch. So, das Ganze ist offen und sieht von oben so aus. Das Thema der Box ist, schönes für dein Badezimmer. Ja, weiter lese ich mal nicht durch, denn ich habe vom Anker, vom Ankerskip-Lubber, ihren Kanal findet ihr natürlich unten, gelernt. Erstmal in die Box reinschauen, was denn da so drin ist und dann das Ganze hier nochmal nachlesen. So, als erstes sehe ich ganz an der Seite so einen Türhänger und zwar eine kleine Auszeit besetzt. Nächste steht da vorne drauf und auf der Rückseite steht der Nächste bitte und frei. Sehr, sehr schön, kann ich gut gebrauchen, denn ich wohne mit meinem Freund zusammen und manchmal möchte man da auch alleine ins Bad. Ah, sehr schön. Das hier ist so eine Seifenschale, in die man so eine schöne offene Seife reinlegen kann. Dann ist hier eine Tagescreme, Naturkosmetik von Spinnrad, Effekt heißt das Ganze, mit Granat, Apfel-Extrakt und Traubenkernöl. Ich muss da mal dran schnuppern, weil, ja, ich bin da so ein Geruchs-Junkie. Hm, riecht nur ganz zart danach, also nicht aufdringlich. So, von Tete-Sept, Hallo Sonnenschein, Aromadusche, Limette Ingwer. Das klingt aber auch nicht schlecht. Oh, ganz frisch. Das riecht richtig, richtig frisch. Hm, richtig lecker, fast schon zum Reinbeißen. Und, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Von Tete-Sept habe ich, glaube ich, noch nichts ausprobiert. Könnte mich gerade an etwas nicht erinnern. Ist aber keine generelle Abneigung, sondern einfach, weil ich andere Marken bisher immer automatisch genommen habe. So, dann sehe ich hier ganz unten ein, ich würde es mal Handtuch nennen. Es ist relativ groß. Ja, ein Handtuch. Ja, gar nicht verkehrt. Es schaut mir ein bisschen, wie würde ich es denn nennen? Es schaut mir ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Also, ein bisschen dünn schaut es mir aus. Das ist jetzt aber nicht unbedingt gleich was Schlechtes. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann anfühlt. Nach der Dusche. Und etwas in Papier eingepackt. Das wird mal vorsichtig entgekält. Das Ganze, würde ich sagen, sieht aus wie ein Teelichtglas. Das oben ein bisschen dunkler ist. Ich stelle mir vor, das schaut ganz schön aus mit einem Lichtlein darin. Ja, sehr schön. So, was steht denn hier auf unserem Flyer drauf? Und zwar, hallo ihr Lieben. Im März lautet das Thema Badezimmer. Was erwartet dich also in diesem Packendes? Wir haben ein wundervolles Hammer am Tuch rausgesucht. Ah, diese Tücher sind echte Alleskönner. So kannst du sie ganz normal zum Duschen benutzen, aber auch in der Sauna, im Schwimmbad oder später im Sommer als Strandtuch. Der Vorteil gegenüber normalen Handtüchern ist, dass sie schön leicht und platzsparend sind und zudem schnell trocknen. In meinem Badezimmer findet ihr immer ein bis zwei Hammer am Tücher. Das Badezimmer ist für viele der einzige Ort, in dem sie mal eine halbe Stunde Ruhe haben. Da liebe ich es, wenn es im Badezimmer so richtig gemütlich ist. Am besten ein paar Teelichter an und ein kleines Verwöhnprogramm starten. Dafür haben wir euch den superschönen Teelichthalter ausgesucht und verwöhnt Produkte von Tetecept und Spinnerad. Die süße Seifenschale kann natürlich auch als Schmuckschale zweckentfremdet werden. Ein Hingucker im Bad ist sie auf jeden Fall. Und damit euch auch keiner im Bad stört, gibt es noch ein passendes, ein besonders schönes, bitte nicht stören Schild, im typischen Packendes Design. Habt einen wundervollen März, euer Packendes. Vielen Dank und da sind nochmal alle Produkte abgebildet, genauso eben auch die Auswahl, ob man jetzt, die Farben sind nicht überall gleich in jedem Packendes. Das heißt, manche haben auch eine andere Farbe beim Hamam-Tuch oder bei der Creme oder auch bei der Schale hier oder bei dem Teelicht. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Also das ist eine schöne Zusammenstellung, die man sehr gut gebrauchen kann, sehr gut nutzen kann. Und ja, ich freue mich darauf, das Ganze im März zu verwenden. Und wenn ihr Lust habt, auch mal ein Packendes, eine Box zu bestellen, dann schaut doch auch nochmal in die Infobox. Da setze ich euch den Link rein. Da kommt ihr dann direkt auf die Seite von dem Team rund um das Packendes Pech und Schwefel. Und ja, wenn ihr wollt, guckt euch ruhig auch das Video bei Ankas Geblubber an. Und ich freue mich, wenn ich euch im nächsten Video wieder sehe. Tschüss! Untertitelung. BR 2018